Der 19. Spieltag Der 19. Spieltag Ich dachte, es war ein sehr schnelles und faires Spiel. Ganz eindeutig, die ersten zwei Minuten von der ersten Drittel und der zweiten Drittel haben uns das Spiel gekostet. Ich denke, wir haben unseren Rhythm gefunden, etwas besser gespielt, aber in der ersten Linie vor allem viel zu viel Puckverluste. Und ich denke, das war zu viel Kraft verloren in unserer eigenen Zone. Aber immerhin über das gesamte Spiellauf haben wir gute Chancen. Ich denke, wir haben sehr hart gearbeitet, aber am Ende war es nicht genug und nicht gut genug. Wir müssen bessere Entscheidungen machen, einfacher spielen. Aber auf jeden Fall, wir haben im ersten und zweiten Drittel ein paar Schussmöglichkeiten vorbeiziehen lassen. Wir waren nicht direkt genug vorbei mit den Rückstand im dritten Drittel. Dann haben wir mit mehr Energie und Dringlichkeit gespielt, aber am Ende hat Frankfurt verdient gewonnen. Danke schön. Vielen Dank. Congrats, Mandy. Your statement, please. Danke, guten Abend, alles. Danke, Tom. Ja, ich denke, ja, Bayern war ziemlich elektrikisch in der Anfang. So, ich fühle mich das für Bayern für Bayern und es ist toll, dass wir nach Hause starten. Aber wir haben uns gespielt, aber es ist nicht ein Miracle, dass sie in der zweiten oder dritte Platz sind. Sie haben so gut gespielt. Wir hatten ein paar Probleme im ersten Jahr mit dem Puckverlust. Und das war es, was sie hatten. Und wir waren glücklich, nicht nur glücklich, aber wir waren auch glücklich, dass wir eine gute Idee haben. Und wir hatten ein Gefühl, dass wir besser spielen können, für sicher. Und wir haben die pace, wie sie heute machen. Und ich glaube, wir haben eine gute Arbeit gemacht. Und wir haben das in der zweiten und der dritte. Aber, natürlich, wenn man es gegen die Top-team spielt, es wird immer ein guter Spiel. Und in der Ende, wir haben es geschafft, dass wir gewinnen. Joey war sehr gut in der Nette. Nabravnik kam eine Woche vorhin und er war gut. Er war ein gewinniger Spieler für uns heute Abend. Ein paar Details mit der Defensive. Also gut, dass wir ihn in der Line-Up getroffen haben. Aber ich bin froh, dass der Wunschung, froh, dass der Freitag in Frankfurt ist. Fans haben ihre Besten wieder heute Abend gezeigt. Also, danke schön und wir werden weitergehen. Gibt es Fragen von den anwesenden Journalisten? Vielleicht ein paar Worte für Julian? Ja, er hat nicht viel gespielt, so natürlich, es dauert ein bisschen Zeit, um den Spiel wieder zu verstehen. Er hat acht Jahre in den Städten gespielt, also ein kleineres Spiel. So, das ist die erste Sache. Und ich denke, er ist auch ein guter Skater, ein guter Spieler. Ich denke, er war in der richtigen Position in der Defensive und alles. Also, es wird die Offenung, die Punkte und die Gäste kommen. Ich denke, es werden gute Dinge passieren. Aber man sieht sofort, wie er die gewinnigen Habitte spielt. Also, das ist die Sache. Und das ist, wie man das Team besser macht. Vielen Dank, Mati. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Und bis zum nächsten Mal.